Wo ist er noch? Höre ihn! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, die Farm da oben ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Gras kommt immer näher, gell? Partsituation, was mache ich jetzt? Ja, wer wird es schaffen, das ist jetzt eine gute Frage. Na, wenn er runterkommt und mir dann gefallen tut. Das Gras kommt. Das Gras kommt immer näher, gell? 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 Das Gras kommt immer so, wie es geht. Und das Game-O-T natürlich wieder mal aufgehangen. Das Gras kommt immer da, gell? Ja, vielen Dank. Danke. Danke. Danke, danke. Danke- Scheiß Game Jo, neu starten 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 Nein, das Gewinnen ist eine Sache, das ist absolut Glückssache, Jan. Ob man gewinnt oder verliert. Ich meine, bis jetzt habe ich noch nie gewonnen. Das weiterste, was ich bis jetzt erreicht habe, oder das höchste, was ich erreicht habe, war Platz 2. Platz 2 war ich das höchste bisher. Ich mache anbett blind. Das ist ein T1, ein Z1. Das ist... Ja. Das ist reine Glückssache, das Ganze. Das ist reine Glückssache.